Willkommen bei Lightroom 6.0 Oder soll ich besser sagen beim neuen Lightroom Version November 2022? Dieser Videokurs macht euch mit mehr als nur mit dem Regler Belichtung vertraut. Lasst uns keine Zeit verlieren und kommt mit, ich lade euch ein auf eine Reise in die neue Leichtigkeit des Post-Processings mit Adobe Lightroom. Ich heiße Ulrich Dorn und arbeite als Autor und freier Lektor für den Bildner Verlag in Passau. Lightroom für Desktop, Tablet und Smartphone ist einzigartig und überaus effektiv. Es ist unbestreitbar ein großer Vorteil, überall und auf jedem Gerät direkten Zugriff auf seine Fotos zu haben. Dreh- und Angelpunkt für die reibungslose Synchronisation der Fotos mit allen Geräten ist die Creative Cloud. Adobe bietet zwei grundverschiedene Lightroom Versionen an. Zum einen ist da der Klassiker Lightroom Classic und zum anderen das völlig neu konzipierte Lightroom, das von eingefleischten Lightroom Classic Anwendern immer noch müde belächelt wird. Das Blatt scheint sich aber langsam zu wenden, denn die Gruppe derer, die ihren Fotoworkflow auf ein zeitgemäßeres Fundament stellen wollen, wächst zusehends. Dazu gehöre auch ich. Wer dem Braten nicht traut, hat die Möglichkeit vor dem Abschluss eines Abos Lightroom sieben Tage lang zu testen. Dazu legt ihr eine kostenlose Adobe ID an, über die ihr Lightroom installiert. Ich empfehle euch gleichzeitig die mobile Lightroom App auf eurem Smartphone zu installieren, denn das könnte zu einem ureigenen Aha-Erlebnis werden. Kommen wir zum Setup der Desktop-Version. Habt ihr eure Entscheidung für das Lightroom Abo mit 1 TB Cloud Speicherplatz getroffen und eine Adobe ID angelegt, ist die Installation in wenigen Augenblicken erledigt. Wählt auf der Adobe Website zuerst eure bevorzugte Abo-Option und danach klickt ihr auf die blaue Schaltfläche Kaufen und Lightroom wird installiert. Die Installation der App läuft nahezu unbemerkt im Hintergrund ab und ist in wenigen Minuten erledigt. Ihr findet die App nach erfolgtem Download im Programmverzeichnis eures Computers. Neben dieser Variante gibt es noch das Foto-Abo, das Lightroom, Lightroom Classic und Photoshop umfasst, aber nur 20 GB Cloud Speicher beinhaltet. Möchtet ihr auch hier 1 TB Cloud Speicher, wird das Abo gleich um 12 Euro pro Monat teurer. Ich selbst bin hin und her gerissen zwischen beiden Abo-Varianten. Letztendlich habe ich mich für das Lightroom Abo mit 1 TB Cloud Speicherplatz entschieden, das ich im Apple Store abgeschlossen habe. Auf Photoshop kann ich verzichten, da ich für die reine Retusche Affinity Photo und Pixelmeter Pro nutze. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Lightroom für Desktop 6.0. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr nach einem Shooting die neuen Fotos in Lightroom hinzufügt. Wenn ihr Fotos in Lightroom importiert, werden diese standardmäßig in die Creative Cloud hochgeladen. Das ist der primäre Speicherort. Alle grundlegenden Funktionen für die Verwaltung eurer Fotos findet ihr im Bereich Fotos, den ihr mit dem Fotos-Symbol oder dem Tastenkürzel P öffnet. Nach dem Hinzufügen sind eure Fotos jetzt einfacher und übersichtlicher organisiert, als das noch mit Lightroom Classic der Fall war. Alle Bilder landen in einer großen Kiste, von wo aus diese automatisch nach Datum organisiert werden. Parallel dazu könnt ihr mit Alben und Ordnern die hierarchische Struktur der Bildbibliothek weiter verbessern. Der direkte Import von der Kamera oder einer SD-Karte ist der Vorgang, der am häufigsten beim Importieren neuer Fotos genutzt wird. Ich selbst bevorzuge den Import von der SD-Karte, weil das der schnellste Weg ist. Möchtet ihr die Fotos direkt von der Kamera importieren, verbindet ihr die Kamera per USB-Kabel mit dem Computer. Dann klickt ihr auf Fotos hinzufügen und danach auf den Eintrag USB-PTP-Kamera. Hat der Computer einen SD-Kartensteckplatz, ist es komfortabler, die SD-Karte aus der Kamera zu nehmen, in den Steckplatz zu stecken und die Fotos von dort zu importieren. Die Übertragungsgeschwindigkeit von der SD-Karte ist zudem schneller als die über ein USB-Kabel. Sitzt die SD-Karte im Steckplatz, klickt ihr auf Fotos hinzufügen und danach auf den Eintrag Untitled 1. Hat eure SD-Karte einen anderen Namen, wird dieser angezeigt. Klickt nun auf die Quelle im Beispiel USB-PTP-Kamera oder vorzugsweise Untitled 1. Lightroom findet hier auf der SD-Karte Untitled 1 X-Fotos. Ihr könnt jetzt alle Fotos hinzufügen oder vor dem Import Fotos markieren, die nicht hinzugefügt werden sollen. In diesem Fall deaktiviert ihr einfach in der Rasteransicht die entsprechenden Bilder, indem ihr die blauen Häkchen weglegt. Besser ist es aber alle Fotos zu importieren, zu bewerten und Querschläger erst danach zu löschen. Klickt jetzt auf X-Fotos hinzufügen, das ist die blaue Schaltfläche oben rechts im Fenster. Nun heißt es, je nach Anzahl der zu übertragenen Fotos etwas warten, bis alle Bilder als Miniaturabbildungen in der Rasteransicht dargestellt werden und in die Cloud hochgeladen sind. Fotos, die noch nicht vollständig in die Cloud hochgeladen wurden, erkennt ihr an einem kleinen Kreissymbol, das rechts unterhalb des Fotos angezeigt wird. Unmittelbar nach dem Import werden alle Bilder, die offensichtlich nichts geworden sind, gelöscht. Möchtet ihr ein Foto löschen, führt den Mauszeiger auf das Foto und wählt im Kontextmenü der rechten Maustaste den Befehl Foto löschen. Möchtet ihr mehrere Fotos, die nicht unmittelbar nebeneinander liegen, löschen, haltet die Command-Taste gedrückt, markiert nach und nach die Fotos und löscht die markierten Fotos. Lightroom verschiebt die Fotos dann in den Papierkorb gelöscht, wo sie noch 60 Tage liegen bleiben und dann automatisch und endgültig gelöscht werden. Möchtet ihr bestimmte Fotos wiederherstellen oder endgültig löschen, klickt mit der rechten Maustaste auf gelöscht und wählt dann den entsprechenden Befehl. Es erscheint eine letzte Abfrage, alle endgültig löschen, in der ihr dann auf löschen klickt. Ein Blick in den Papierkorb zeigt, dass dieser jetzt vollständig geleert ist und die zum Löschen vorgemerkten Fotos keinen Speicherplatz mehr belegen. Habt ihr die ersten Bilder in Lightroom hochgeladen, macht euch danach mit den einzelnen Ansichtsmodi von Lightroom vertraut. Öffnet zuerst den Bereich Fotos, das macht ihr am besten mit der Taste P. Möchtet ihr euch einen Überblick über alle geladenen Fotos verschaffen, dann klickt auf alle Fotos. Lightroom zeigt jetzt alle hochgeladenen Fotos an. Für die Bildanzeige im mittleren Fensterbereich stehen vier Ansichtsmodi zur Verfügung. Fotoraster, Quadratraster, Vergleichen und Details. Mit der Taste G könnt ihr schnell zwischen Fotoraster und Quadratraster umschalten. Die Detailansicht aktiviert ihr mit der Taste D. Unter dem Punkt Zuletzt hinzugefügt werden die fünf letzten Importtermine nach Datum und Uhrzeit einschließlich der hinzugefügten Stückzahlen angezeigt. Unter Nach Datum gibt Lightroom eine Sortierreihenfolge nach Jahr, Monat und Tagesdatum vor. Und genau nach diesem Schema legt Lightroom Kopien aller Originale in der lokalen Bibliotheksdatei im Ordner Originals ab. Wie ihr in die Paketdatei schaut, wurde bereits im Video Tipps für das Foto-Management ausführlich erläutert. Kommen wir zum Punkt Personen. Aktiviert ihr die Personenansicht, analysiert Lightroom eure Fotos, um Modelle von Gesichtern zu erstellen und ähnliche Gesichter zu gruppieren. Indem ihr diese Funktion aktiviert, stimmt ihr zu, dass Adobe diese Modelle in eurem Namen erstellen darf und dass ihr die Genehmigung der in euren Fotos gezeigten Personen habt. Stimmt ihr dem Erkennen von Personen zu und sind alle Kriterien erfüllt, dann klickt auf Aktivieren. Aber das machen wir jetzt nicht. Möchtet ihr weitere Informationen zu dieser Funktion abrufen, dann klickt auf den Link Weitere Informationen. Die Funktion Verbindungen hinzufügen verspricht eine einfache Art und Weise, sich mit bevorzugten Print- und Marketingplattformen zu verbinden. Eine gute Idee, die aber im aktuellen Stadium noch einiges an Ausbaupotenzial besitzt. Dazu in einem anderen Video mehr. Haben die neuen Fotos den Weg in die Cloud und auf die lokale Festplatte gefunden, heißt es die Spreu vom Weizen zu trennen. Welches Foto ist das Beste? Welche Fotos können sofort gelöscht werden? Und so weiter. Das Markieren und Bewerten ist neben der RAW-Entwicklung und dem Editieren der Fotos die Kernaufgabe von Lightroom. Die Fotos vom letzten Shooting findet ihr unter Alle Fotos. Ein Klick auf den Pfeil öffnet ein Dropdown mit weiteren Optionen. Hier wählt ihr Zuletzt hinzugefügt. Damit werden nur die zuletzt importierten Fotos in einer Rasteransicht angezeigt. Hier beginnt das Sculling. Markieren, Bewerten und überschüssige Fotos aussortieren. Am besten bewertet ihr eure Bilder in der Detailsansicht. In der Mitte unterhalb der Bildansicht werden die Bewertungswerkzeuge eingeblendet. Ihr könnt bis zu 5 Sterne vergeben. Ein Bild als ausgewählt markieren und ein Bild als abgelehnt markieren. Eine Farbmarkierung gibt es in Lightroom 6.0 leider noch nicht, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Bevor ihr eure Fotos mithilfe der Sterne bewertet, trennt ihr den Müll vom Rest der Bilder. Dazu markiert ihr diese mit als ausgewählt markieren oder als abgelehnt markieren. Meine Empfehlung lautet, zuerst alle Bilder, die dem Qualitätsanspruch nicht genügen, mit als abgelehnt zu markieren und dann umgehend zu löschen. Das ist eine gute Methode, um auf die Schnelle eine Vorauswahl zu treffen. Auch hier kann man mehrere Fotos auf einmal markieren. Entspricht das markierte Foto nicht eurem Qualitätsanspruch, klickt ihr am unteren Fensterrand auf das Bewertungssymbol als abgelehnt markieren. Das Fähnchen mit dem X-Symbol. Ziel ist es, alle als abgelehnt markierten Fotos zu filtern und auf einmal zu löschen. Dazu aktiviert ihr in der oberen Symbolleiste das Filtersymbol Suche verfeinern. Damit wird eine Symbolleiste mit allen Filterkategorien eingeblendet. Sterne, Fähnchen, Bearbeitet, Typ, Stichwort, Kamera, Standort, Synchronisierung, Status, Personen und Beitragende. In der Symbolleiste klickt ihr jetzt auf das Fähnchen Abgelehnte Fotos anzeigen. Damit werden nur die als abgelehnt markierten Fotos aus Zuletzt hinzugefügt herausgefiltert. Führt nun den Mauszeiger auf eines der markierten Bilder und wählt im Kontextmenü der rechten Maustaste den Befehl Fotos löschen. Es erscheint eine Meldung mit dem Hinweis, dass gelöschte Fotos innerhalb von 60 Tagen wiederhergestellt werden können. Geschieht das nicht, werden sie endgültig gelöscht. Beendet den Vorgang mit Löschen. Lightroom bietet eine Vielzahl ausgeklügelter Filter und Sortiermöglichkeiten. Damit ich euch das ganze Spektrum zeigen kann, aktiviert zuerst im Bereich Fotos die Funktion Alle Fotos. Los geht's. Klickt in der oberen Symbolleiste auf das Filtersymbol. Es erscheint eine weitere Symbolleiste mit den wichtigsten Kategorien zum Filtern und Sortieren. Beginnen wir mit dem ersten Symbol Größer als oder Kleiner als in der Symbolleiste ganz links außen. Damit filtert ihr eure Fotos nach allen Bewertungen, egal wie viel Sterne und nach Fotos, deren Bewertung 0 Sternen entspricht. Es folgen die Filterfunktionen nach Anzahl vergebener Sterne und Markierungen. Mehr dazu erfahrt ihr im Video Markieren, Bewerten und Aussortieren. Mit Bearbeitet zeigt ihr nur die bereits bearbeiteten oder die noch nicht bearbeiteten Fotos an. Aber wie kann man diesen Filter wieder ausschalten, wenn man ihn einmal aktiviert hat? Kein Problem. Links neben Bearbeiten seht ihr ein sehr kleines Kreissymbol. Sobald der Mauszeiger das Symbol berührt, erscheint ein kleines X. Dann ein Klick und der Filter ist wieder ausgeschaltet. Mit Typ filtert ihr nach Foto, Panorama oder RAW. Es folgt der Stichwortfilter, den ich zugunsten der intelligenten Suche kaum noch nutze. Es folgt der Standortfilter. Besitzt eure Kamera ein GPS-Modul oder habt ihr einen externen GPS-Empfänger, ist das Filtern nach Standort eine Option. Dabei werden nach jedem Auslösen der Kamera die aktuellen GPS-Daten direkt in die EXIF-Daten der Fotos geschrieben. Leider aber haben die meisten DSLR- und DSLM-Kameras kein internes GPS-Modul. Noch nicht. Es folgen noch die Filter nach Synchronisierungsstatus, Personen und Beitragende. Die beiden letztgenannten Filter sind nur dann aktiv, wenn ihr dem Erkennen von Personen zugestimmt habt. Kommen wir nun zu den Filterfunktionen, die nahezu unbemerkt im Verborgenen schlummern. Klickt auf eine beliebige Stelle in der Suchenleiste. Dort steht der Eintrag Alle Fotos durchsuchen. Es spielt keine Rolle, ob ihr die Filterfunktionen eingeschaltet habt. Klickt einfach in das leere Eingabefeld Alle Fotos durchsuchen und es erscheint ein Dropdown mit den Filteroptionen nach Kameraeinstellungen, Metadaten und Datei. Ein Beispiel. Möchtet ihr alle Fotos sehen, die ihr mit Brennweite 35mm gemacht habt? Dann klickt auf Brennweite und im nächsten Dropdown auf 35mm. Jetzt werden alle Fotos gefiltert, die ihr mit 35mm Brennweite gemacht habt. Weiterhin könnt ihr nach Kamera, Objektiv, Verschlusszeit, Blende, ISO und Blitz filtern. Darüber hinaus gibt es noch wie erwähnt die Filter für die Metadaten und Datei. Eine wirklich tolle Funktion, die ich bei der schnellen Bildersuche nicht mehr missen möchte. Stichwörter vergeben? Lightroom besitzt doch die neue intelligente Suche, mit der die lästige Vergabe von Stichwörtern überflüssig sein soll. Eigentlich schon und es funktioniert bereits ganz gut. Dennoch solltet ihr bei wichtigen Shootings oder im Speziellen bei Auftragsarbeiten die Fotos mit Stichwörtern taggen. Stichwörter beschreiben ein Bild oder eine Aufnahmeserie näher, zum Beispiel nach Kategorie, Ort oder Anlass der Aufnahme. Anhand dieser Stichwörter findet ihr jedes Foto oder ganze Bildergruppen schnell wieder und müsst nicht jedes Mal durch das komplette Archiv wandern, wenn ihr ganz bestimmte Bilder sucht. Bevor ich euch zeige, wie man das macht, zunächst ein kurzes Häppchen Theorie. Die Kür bei der perfekten Bildverwaltung ist die durchdachte Verschlagwortung der Bilder. Verschlagwortung bedeutet, dass ihr nach dem Import eurer Bilder jedem Bild oder einer Gruppe von Bildern bestimmte Stichwörter, auch Schlagwörter genannt, zuweist. Diese Stichwörter werden mit in die Bilddatei geschrieben. Habt ihr zum Beispiel ein Shooting im Hamburger Hafen gemacht, könnt ihr die Bilder mit dem Stichwort Hamburg Hafen taggen. Wenn ihr Monate später genau diese Bilder braucht, geht einfach in die Suchfunktion der Software das Stichwort ein und die Bilder werden angezeigt. Zurück zur Praxis. Die Verschlagwortung bzw. die Stichwortvergabe findet in der Regel direkt nach dem Upload der Bilder statt. Und das geht so. Alle Bilder, die eine Skulptur als Hauptmotiv zeigen, sollen das Stichwort Skulptur bekommen. Im ersten Schritt markiert ihr alle Bilder, die das festgelegte Kriterium erfüllen. Hier Skulptur. Nun öffnet ihr das Bedienfeld Stichwörter. Das geht am schnellsten mit der Taste K. Hier legt ihr neue Stichwörter an, die später im Rahmen der Filterfunktion in einer Stichwortliste angezeigt werden. Gebt nun in das Eingabefenster Stichwort hinzufügen das neue Stichwort Skulptur ein und drückt Enter. Für die Vergabe weiterer Stichwörter gilt die gleiche Verfahrensweise. Geht zum Bereich Alle Fotos und aktiviert die Filter. Dann öffnet ihr die Dropdown-Liste Stichwort und klickt auf das entsprechende Stichwort hier Skulptur. Lightroom zeigt nun ausschließlich Bilder, die eine Skulptur darstellen. Möchtet ihr ein Stichwort löschen, markiert ein Bild, das das Stichwort enthält und öffnet das Bedienfeld Stichwort. Das zu löschende Stichwort wird bei Berührung mit dem Mauszeiger rot und durchgestrichen dargestellt. Noch ein Klick und das Stichwort ist gelöscht. Ob ihr den zeitlichen Aufwand einer Verschlagwortung in Kauf nehmt oder ob ihr voll und ganz der intelligenten Suche vertraut, liegt in eurem Ermessen. Ich mache es so, dass ausschließlich wichtige Auftragsfotos verschlagwortet werden. Bei allen anderen Fotos nutze ich die intelligente Suche. Untertitelung des ZDF für funk, 2017